Auf meiner Tour durch Baden-Weiler besuche ich heute das Hotel Neuenfels. Hallo Herr Stetter. Und das tue ich, denn hier gibt es einen einmaligen Service und der hat mit unseren Reden zu tun. Und das versuche ich jetzt mal. Das Hotel Neuenfels in Baden-Weiler ist nicht nur ein tolles Haus und bei den Gästen sehr beliebt. Es hat einen ganz besonderen Service. Herr Gerstetter ist Berater für den deutschen Wein und wir im Market-Land, wir haben dafür recht viel. Daher tut Beratung ganz besonders gut. Und diesen tollen Tropfen, Herr Gerstetter, den nehmen wir doch gerne auf Ihrer Terrasse. Gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017